Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 und ich konnte schon wieder nicht speichern. Alter, das ist jetzt die dritte Folge, geil, dann habe ich auf jeden Fall den Dezember ausgesorgt, also Red Dead Redemption. Okay. Ja komm Lenny, ich zeig dir jetzt mal was. Manchmal will ich nicht in den Salon, sondern einfach den Typen aus dem Gefängnis holen, dann wäre die Sache erledigt. So, oh Gott Lenny, oh. Also Leute, wir haben jetzt einfach ein Problem, wir sind gleich da, wir gehen jetzt gleich in den Salon, aber das Problem ist, ich habe, also, ich habe ja Kopfgeld. Weiß nicht, ob das die beste Idee war hier, oh. Oh Gott, Alter, boah, Chaos ey, Chaos. Okay, so, komm. Hier, der Veteran, nee, okay, komm, ach, jo, ganz ruhig, Alter, ich habe nichts gemacht. Stimmt, ich hatte ja ein bisschen Ärger. Naja, wird schon gut kommen, wird schon schief gehen, wird schon schief gehen. Okay, äh, ja, wir werden, wir werden ja mal, äh, nichts machen, wir sind ja aus keinem schlechten Grund hier. So, Lenny, come on. So, genau, komm mal schön Lenny, und wir gehen jetzt mal rein. So, boah, ein bisschen voll, Alter. Ja, wie voll ist das denn? Haben wir hier noch Platz irgendwo vielleicht so? Zwischen, hier, oh. An die Bar lehnen, genau. Alle geht jetzt gerade, und ich an die Bar lehnen, genau, ah. Also, ein oder zwei. Right off of? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... You'll be fine. You have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff. I done seen a lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're duller. My Lord. You man is dull. You can leave the fool alone. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last ten years. I'm bored with being left alone. Was muss ich machen? Einfach schmeicheln? Was bedeutet das? Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business. So could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Yeah, it's maybe better. Sonst would you have to go out. No. Oh, no. Now it's going to go out. 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 I don't know. Lenny, where are you? Lenny. Lenny, that thing is, I don't even know how it looks. It's just... Hey, Lenny! Oh, Lenny. Oh, man. Lenny! Ich bin hier hinten, überhaupt hier hinten. Ich weiß nicht, wie. Lenny? Ich bin hier rein. Oh, okay. Das ist so. Hey, you see my friend anywhere? Sorry, I don't know. Früher schufst mich einfach weg. Man. You know which way my friend went? You alright there, Smother? I think your friend went upstairs. Okay, danke. Lenny ist schon mal nach oben gegangen. Oh, ich muss hier durch. Ich sehe auch aus, Alter. Lenny? Der ist safe hier nach hinten gegangen. Wie? Lenny? Get out! Sorry. Huch. Ähm, wo ist Lenny hier drauf? Oh, Alter, das ist ja anders. Das ist um hier alles. Also, wo ist Lenny? Was ist passiert? Achso, ne, warte, ne. Ja. Okay. Tut mir leid. Wer bist du denn? Hä, wer bist du? Achso, er hat mir einfach hallo gesagt. Okay. Hier jemand. Nee, das ist zu. Ach, es ist Lenny. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, Lenny, oh. Alter, das wird ja immer schlimmer. Hör doch, ach so, ich würde gerade sagen. Oh nee, Digga. Blümmer, schlimmer. Ach man, Lenny, wo bist du denn jetzt schon wieder? Lenny, Lenny? Vielleicht solltest du Wasser, mein Freund. Körper. Lol, als ob jetzt wird es ja richtig schlimm. Ist das hier, Lenny? Lenny? Wie ist es, Lenny? Wie viele habt ihr, Freund? Die im Puppen sind... Oh nee. Ist Lenny vielleicht wieder oben? Nee, ich glaube nicht. Lenny hat alles das Gesicht von Lenny. Vielleicht du hier? Ja, ist das hier, Lenny? Lenny, mein Junge. Lenny? Was are you talking about? Och nee. Das hier ist doch Lenny. There you are, Lenny. Just go home, will you? Lenny, ich muss jetzt Lenny finden. Was? Lenny ist einfach draußen. Wo? Nein, was? Nein, ist alles doch jetzt wieder aus. Wollte mal wieder raus, Alter, Hilfe. Scheiße, Alter, was ist jetzt los, was muss ich machen, weil ich kann gar nicht machen und ich kann springen. Da bist du scheiße, ey. Ah, fuck. Dann sind wir wieder. Genau, du bist jetzt wieder am Arsch. Ach so, ich dachte gerade, jetzt passiert einfach nichts mehr. Oh, du moron. Oh, du moron. Oh, du moron. Ich glaube, wir sind noch nicht so wach. Was haben wir jetzt? Drücke E um dich auszuruhen. Ja, ich weiß, Alter. Okay, wir werden gleich. Okay, wir holen jetzt hier unser Pferd. Danach gehen wir zu unserem Lager und schlafen erstmal ne Runde. Okay. Aber das ist doch die Stadt, die hier schon abgebrannt war, oder? Das ist ja nicht über den Teil. Oh nein. Das ist ja nicht über die Stadt. Oh nein. Was ist hier? Oh je... das war ein headshot wer war also war das die odryskels oder so jetzt habe ich 10 dollar verloren aber jetzt bin ich wieder beim camp da ist die mission bestanden wir haben ja noch ich muss kurz gucken in unserer kasse hier in dutch genau können wir kurz unseren beitrag spenden weil man darf sich ja auch so auch etwas rausnehmen habe ich alle ja mal gesagt wir können ja mal so ein bisschen was spenden also wir müssen ja nicht mit lassen hinten rumlaufen genau 70 finden wir mal krass wir sind einfach der der einzige der gefühl irgendwas spendet alter das ist ja gut leute das war jetzt nach langer zeit mit red redemption 2 ich hoffe das nächste mal wenn ich das spiel starte also in der nächsten folge weiß ich jetzt speichern kann oder nicht speichern kann ist ja egal dann hoffe ich dass der sound wieder ok ist weil jetzt ist ja bekanntlicherweise ziemlich leise auch bei mir naja das war's mit redempten redemptions 2 ist zum nächsten mal lade chaahoo lonesome cowboy lonesome cowboy lonesome cowboy lonesome cowboy putina du b b b b b g b